Hallo und herzlich willkommen zum achten Türchen hier im Adventskalender von Knotenlösen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema das Bedürfnis nach Sicherheit. Gibt es überhaupt Sicherheit? Ja, wirst du sagen, natürlich ist Sicherheit ein Bedürfnis, oder? Oder wenn du sagst, ich will doch sicher leben, ich will doch jetzt hier nicht dauernd erleben, dass das Haus wackelt, dass ich bedroht werde, dass ich Angst haben muss um meine physische Unversehrtheit. Und ja, das ist damit gemeint mit dem Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn du jetzt hier, wenn du diesen Podcast hörst oder das Video anschaust, halbwegs entspannt bist, dann kannst du sicher sein, dass dieses Sicherheitsbedürfnis gerade erfüllt ist. Denn dein Organismus ist die ganze Zeit am Überprüfen, bin ich hier sicher? Das ist ja die Grundfunktion, eine der Grundfunktionen von Bedürfnissen zu schauen, sind sie erfüllt? Und dein Organismus prüft natürlich die ganze Zeit, fühle ich mich hier sicher? Und wenn du nicht alleine bist, dann mit anderen Menschen zusammen in einem Raum bist, dann wird das noch spannender für dein Organismus, weil andere Menschen sind jetzt per se nicht immer sicher. Natürlich, wenn du die lange kennst und dich wohlfühlst und da Vertrauen hast, dann fühlst du dich mit anderen Menschen sicher. Aber stell dir vor, du bist mit fremden Menschen in einem Raum, Kino, im Wartezimmer. Und da kannst du beobachten, dass dein Organismus immer sehr genau prüft, denn wenn dann plötzlich dieser Mensch, irgendeiner dieser Menschen komische Bewegungen macht oder laut schnauft oder merkwürdig schaut, dann bist du alarmiert. Und diese Alarmiertheit ist genau das Zeichen dafür, dass sich dein Bedürfnis nach Sicherheit meldet und sagt, oh, Vorsicht, 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 könnte gefährlich werden. So, das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit, also ein Schutz vor körperlicher Bedrohung. Jetzt geht aber dieses Sicherheitsthema für viele natürlich darüber hinaus und die sagen, ja, ich habe ja nicht nur ein Bedürfnis nach Sicherheit, so körperlich, ich will ja auch emotionale Sicherheit, ich will finanzielle Sicherheit, ich will Sicherheit in meiner Partnerschaft und so weiter. Und auf all diese Facetten von Sicherheit hat meine geschätzte Ausbilder immer gesagt, ja, kannst du ja machen, gibt es halt nicht. Das sollte heißen, diese Arten von Sicherheit, das ist natürlich Illusion, weil man kann es anders sagen, das ist eher ein Vertrauen, was wir aufbringen müssen. Ein Vertrauen in uns selbst zum Beispiel. Vertrauen wir darauf, dass wir es schaffen, uns zu ernähren, unseren Lebensunterhalt zu erfüllen? Vertraue ich meinem Partnerin, meinem Partner, dass sie ehrlich und offen mit mir ist? Vertraue ich meinen Mitmenschen, meinen Arbeitskollegen, dass sie eigentlich wohlwollend mit mir sind? Aber da geht es nicht darum, dass ich da sozusagen ein Sicherheitsbedürfnis erfüllen kann. Heutzutage wird das ja gerne auch übertragen, zum Beispiel auf das Thema emotionale Sicherheit. Damit ist oft gemeint, ich möchte in einem Umfeld mit Menschen sein, wo ich sicher bin, dass niemand mich bewertet, abwertet oder kritisiert und mich so verletzt. Und das ist natürlich dann die Höchstform der Illusion und widerspricht auch den Grundsätzen im Rosenberg-Modell. So, warum ist es die Höchstform der Illusion? Naja, wenn du dich selber beobachtest, wirst du feststellen, dass du dauernd andere Menschen bewertest und ihnen dich kritisierst. Das sagst du nicht immer, aber das ist da. Und wenn es natürlich stark ist, also wenn es dich betrifft und dir was wichtig ist, dann musst du sie auch kritisieren und korrigieren. Oder du musst dich schützen, musst Grenzen setzen. Und das kann andere Menschen natürlich treffen oder verletzen. Auch wenn das gar nicht deine Absicht ist. Und umgekehrt ist das genauso. Du bist Kritik ausgesetzt, du bist Bewertungen ausgesetzt, ausgesprochen und unausgesprochen. Wenn dich das verletzt, das kann ja sein, aber das ist nicht die Verantwortung des anderen. Die Verantwortung haben wir immer nur für unsere Intentionen. Wenn jemand dich kritisiert, nicht in der Intention, dich zu verletzen, sondern weil er eine Rückmeldung hat, eine angebrachte Kritik, weil er eine Grenze setzen möchte. Und du dich verletzt fühlst, dann liegt es an dir, diese Verletzungen zu verarbeiten und dafür Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung zu übernehmen bedeutet eben, dass ich dann für diese Form der Pseudosicherheit muss ich selber in mir sorgen. Ich kann nicht erwarten, dass andere Menschen aufhören, mich zu bewerten oder zu kritisieren. Und das funktioniert einfach nicht. Also diese Form der emotionalen Sicherheit, sage ich jetzt mal so, gibt es einfach nicht. Das ist kein Bedürfnis. Das ist im Grunde eine Erwartung, die ich an andere habe. Und deswegen ist es kein Bedürfnis. Und das gilt natürlich ähnlich für Themen wie finanzielle Sicherheit, Sicherheit in der Partnerschaft. Da kann ich Verantwortung übernehmen, indem ich diese Erwartungen, die ich an andere oder an mich habe, in realistische, konkrete Bitten übersetze und in Kommunikation gehe und frage, wie siehst du das in der Partnerschaft? Hast du ähnliche Erwartungen wie ich? Was machen wir, wenn die Erwartungen nicht erfüllt sind? Oder wenn es um das Thema finanzielle Sicherheit geht, dann ist ja eher die Frage, traue ich mir zu, für mich zu sorgen? Habe ich einen Beitrag in der Welt, für den andere Menschen bereit sind, mich zu bezahlen? Und wenn nein, wie finde ich diesen Beitrag? Also das berührt dann eher das ganze Thema, wie Vertrauen in mich, Vertrauen in andere und nicht das, was man typischerweise unter Sicherheit versteht. Ich weiß, ein kontroverses Thema, aber die Idee hier ist ja, dich anzuregen, über deine Bedürfnisse nachzudenken und deswegen die Anregung, spüre mal, wie sicher du dich jetzt fühlst und lass zu, dass sehr wahrscheinlich bist du sehr, sehr sicher. Wenn du nicht gerade in einer Extremsituation bist, dann ist dein Körper so weit entspannt, weil er sicher ist und das auch anzuerkennen und zu spüren, ist wirklich wichtig, um nicht dauernd in so einem Anspannungsmodus zu sein, zum Beispiel, weil man Angst hat vor der Zukunft. Und wenn du Angst hast vor der Zukunft, dann ist eher wichtig, mal hinzuschauen, warum, wieso und wie und ob du dagegen etwas aktiv tun kannst. Und wenn es auch nur ist, diese Ängste als schlichte Gedanken zu verstehen. Und Gedanken sind erstmal nichts, es sind Gedanken. Und wenn sie dir Angst machen, dann ist es vielleicht mal gut hinzuschauen, warum hast du so viel Angst entwickelt und kannst du daran arbeiten. Und so ist eine Form, um dir auch innerlich dann wieder eine Sicherheit zu verschaffen. In diesem Sinne hoffe ich, das war ein anregendes Türchen für dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen zum nächsten Türchen. Alles Gute. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Vielen Dank.